Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Klingelbats 3. Im letzten Part haben wir uns den zweiten BMX geholt. So und ich weiß, dass wir hier noch ein paar Glücksenbleme nicht haben. Ich weiß gerade allerdings nicht, ob ich alle auswendig weiß. Versuchen wir mal die paar, die ich noch weiß, zu holen. Ich glaube es ist egal, ob wir jetzt nachts oder tagsüber in die Stadt gehen. Die sollten eigentlich ziemlich offensichtlich sein, soviel ich es noch weiß. Ich meine, das eine haben wir ja theoretisch im letzten Part noch gesehen. In dem oberen Tunnel. So, mal kurz kommen wir hier irgendwo schnell hoch. Ah, sieht nicht so aus. So, ich glaube nicht. Eines der Glücksembleme ist hier drüben direkt mal. Genau. So, da haben wir das erste. Dann... Ich glaube auf dem Gebäude hier war noch eins. Oder war das auf dem? Ähm... Ne, war nicht auf dem. Ja, nicht festhalten, Sora. So, war es auf dem hier. Ja, hier war noch eins. Dann... Hier oben ist noch eins. Und wir haben schon 50 Glücksembleme. So, ich... ...glaub auf... ...einen der... ...fliegenden Dinger war noch eins. So, wie gesagt... Hier im oberen Tunnel war auch noch eins. Haben wir im letzten Part noch gesehen. So... Wie viele fehlen das jetzt noch? Das würde ich gerne gerade sehen. So... Hm... Na... Ein paar fehlen uns noch. So... Bei... ...einen dieser... ...fliegenden Fische war noch... ...ein Emblem. Und hier ist noch eine Piste. Na... Direkt, dass ich... ...den richtigen... ...erwischt. So... Ich... ...glaube die anderen... ...weiß ich gerade nicht auswendig. Oder war hier drüben noch eins? Hm... Ne, hier war keins. Hm... Äh... Doch, ich glaube ich weiß noch welche. War das hier? Glaub das war hier unten? Moment, das muss ich schnell überprüfen. Müsste eigentlich gleich hier hinten sein. Ja, da ist noch eins. Mal sehen. So... ...und... ...dann noch... ...glaub hier in die Richtung... ...ja... ...ich... ...weiß es gerade nicht ganz auswendig. Gemüse... ...kriegt... ...hier... ...ok... ...hier... 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 ...das gelbe Auto. Ja, ein paar fehlen uns... ...die jetzt noch. Allerdings, glaube ich, weiß ich die gar nicht mehr auswendig. Es sind zwar nur noch drei. Schwierig. Naja. Gehen wir mal. Zurück in den Planeten-Auswahl, jetzt gesagt. Oder zuerst zu Hiroos Garage und dann in den Weltraum. So. Eine Weltkarte. So. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Sie sind alle selbst in der Welt der Dunkelheit. WHAAAAAT? Sie? Ich wusste, ich sollte es gehen. Klopp, wie wir das tun haben? Jetzt können wir fragen? Es ist nicht so, dass wir die große Tür nicht mehr nutzen können. Es ist komplett weg. Ja, wir haben es geschlossen, nach Beidem Ansem. Und wir können natürlich nicht fragen, den Reku oder Reku. Denn Sie würden nicht mich fragen. Sie können mich nicht öffnen, den Dunkelheit zu den Dunkelheit. Was? Sie haben ein specialer Keyblade von Dunkelheit. Sie hat herausgefunden, wie es den Weg zu öffnen. Gorge, was wir tun? Oh, was! Mein Herz ist unser Geist, unser Geist. Sie wird uns die Weg zeigen. Okay! But where does it lead? I guess it matters, now! Hurry, Sora! Okay. Why do you think that gate took us here? A keyblade? I'm yet so old! How did it end up here? Hmm, maybe it's another guiding key! Sure, but, to guide us where? A door! Let's go! Not you guys! Huh? The Realm of Darkness, it isn't safe for you! Forget it! I'm going! Yeah! You can't make a whole pint without us! Come on guys, think about it! Even the King and Riku struggled in the Realm of Darkness! Someone needs to stay out here just in case! If something happens to the rest of us, you two need to carry on! Sura! Sura! Stop it! We understand! But we don't want you going someplace dangerous on your own! Thanks guys, but I'll be fine! I'll make sure Riku and the King are safe! Trust me! Don't try! You promise to be good! And come home nice and safe? Right! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mickey! 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 Das Keyblade. Is it her? Mickey. You're too late. Aqua? What happened? You abandoned me. That's what. Left me in this shadow prison for more than a decade. Knowing what it would do to me. I'm sorry. It's all my fault. I reached the shore after endless wandering. Waited forever for help to arrive. But no one ever came. I lost my Keyblade. Had no means of fighting my way back through the Heartless. You should have known I was stranded. Do you have any idea how lonely it is here? Huh? How frightening it is to have no one? All that's left in my heart is misery and despair. And now, you can share it. There's no need. Got my own. And now, you've got no need. I'm sorry I'm sorry. Let's go ahead and crack me. Hm. 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 Tja. Hm. 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 Es sieht ganz so aus. Es müssten wir mal wieder ... ... ... mit Trico spielen. So, komm schon. Ja, das ist auf jeden Fall ... ein bisschen stärker geworden so zum letzten Mal. ... 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 So, komm schon. Naja, hat nicht mehr viel. So, komm schon. 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 So, wie? Tja, ob das so eine gute Idee für Sora ist? Sich gegen Aqua zu stellen Naja, obwohl sie ist gar nicht mehr so stark So, komm schon Naja, obwohl Na, das geht sogar So, komm schon Aqua Hättest du dich nicht gegen uns stellen sollen? Ah, okay, das hat jetzt nicht wirklich getroffen So Okay, irgendwie treffen wir sie damit nicht So, komm schon Da ist die echte Aqua So So, hat nicht mehr viel Dann sind wir in der Zwischenzeit stark genug, dass wir uns gegen Aqua schlagen können Und bend mir das Ganze mal Und bend mir das Ganze mal Oh So So This is the end Aqua Sora Sora So 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 this understand oh I see it's because I got Ben I got bench to quiet okay man look real talk backstabbing those guys would be stupid if they find out we're yesterday's toast I mean what's in it for me forgiveness huh for what men like us in the pursuit of science we sometimes make terrible mistakes lose sight of our mission to help people but now I can help someone with my research now I can atone I'm not a scientist wait 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 come on dude I'm useless I'm chicken we're not friends I can count the number of times you and I have hung out on one hand less than one hand I didn't even know you in the old life fine fine but listen huh no way it's true the whole thing was his idea huh no stinking way he wants to atone too but he is one of the chosen so his hands are tied hence my actions on his behalf hence my need for you to act on my behalf should all go awry as you said we are far from friends no one would ever suspect you hmm so I'm not doing any fighting correct and more more importantly no bench warming hmm yeah baby sign me up yeah gimmicks time